Aber ich nehm mit 29,97 auf Da läuft Ich hab jetzt 700 Ja Alter wirklich COLD FEET MAMI Wenn ich jetzt kommt Eis Ach nö Willi Ja Aufkommt auch, so schön ist doch gar nicht Ich weiß Tuidiot Weiß Bescheid Ja Ja Okay, ja Ha Ich war einfach der Sprung Yay Alter aber fast Hure Jetzt komm noch ein Ja Und danach noch einer Oh, ich hab Disconnect Ne Ja, genau Ja 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 Cold Feet Ja Okay Behindert Auf dem Eis bist du voll langsam Wenn du dann abspringst Bist du aber einmal übel schnell Ja ich weiß, dass es übel verschickt Obwohl du eigentlich auf Eis gar nicht richtig abspringen könntest Ich würd's auf die Fresse liegen Legen 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 Ja Ja, genau Ja, genau Ist doch klar Ich mein Ja, das ist ja Mats hat natürlich an die Lane von LoL gedacht Ja, natürlich Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Line oder so Oha du Hure Geht das? Ja Locker Locker Locking Okay IF Und Vorletzerspro her Ich hab wo ich das Ding gekauft hab Watch stocks Gekauft haben medication Emladen, wo ich war folggeträse Confliks bekommen Aber solche hetros Dinger ja 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 zum knabbern hat er gesagt cool zocken kann was gesagt ja ja stimmt ich kenne die damit tun damit du dich aufstellen muss und dir das holen muss nehm ich noch eine packung milch mit also will ich mich verarschen nein nein arschkopf weiß doch wie er sich darüber übel lustig gemacht hat habe ich auch von youtuber nach kopf das kann man voll das kann man richtig unerwartet die zeit her irgendwie hat sich dein arschkopf hatte gerade als der wichser der wichser der film da ich glaube in der liga der bösen oder so keine ahnung aber wie war er doch dann nach mit ohren und er heißt doch noch der arsch mit ohren ich dachte er ist franz udo jürgens lindenmann udo jürgens gibt es da jemand warte mal es war ein anderer ich habe mir jetzt gerade nur nahe ausgedacht also okay stage 27 planks ich würde niemals ich würde niemals namen wie aus dem ne das war auch eigentlich so ein ich finde den namen eigentlich auch voll lustig lindemann ja mal eine linde und man ja das passt irgendwie nicht aus hatten und linden penis lindemann 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 ja doch warte ich google das mal oh man linde ja ähm bilder ja 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 relativ großer sogar bush ich ja 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 dann kein sogar hinkommen oh 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 warum haust du mich weil ich es kann oh nö Nö whad what ich habe gesagt hab ich vielleicht hier da ist schon, mal so, eine wand oder so Was glaubst du, warum ich von dahinten weg bin? Was ist denn das hier für Material? Nein, Pilz. Ah. Ah. Okay. Passt auch irgendwie zum Thema. Alter. Ja, natürlich zum Wald. Weil eine Linde wachst natürlich... Ne, die wachst nicht im Wald. Doch. What the fuck? Ne, wachst sie nicht. Stage 2.8. Muschis. What? Ach so. Das steht da. Das sind... Muschis. Muschis. Ja, okay. Wenn du in Deutsch übersetzt... In Deutsch, ja, okay. In Deutsch. Wenn es Deutsch ist. Pilze, passt doch. Bill, ich weiß ja nicht, was du so... Du so... Denkst, weißt? Ach so, ja. Ja, und voll lieben hast. Was du magst oder dein Geschmack ist, aber... Ich hasse Pilze. Ich hasse allgemein Gemüse. Gilt Pilze? Ein Pilz heißt Gemüse. Als was denn sonst? Fleisch? Nein. Als Baum? Alles was nicht Fleisch ist, ist Gemüse. Nee, aber... Das ist glaube ich einfach ein Pilz. Für mich ist es einfach ein Pilz. Das gehört nicht ganz dazu. Ach, es geht bei den falschen... Hä? Es gibt... Hä? Es gibt... Es gibt drei Arten von... Von... Von Essen. Und zwei davon... Vertragen sich nur. Das ist einmal... Fleisch. Dann Kohlenhydrate wie... Nudeln, Reis und was weiß ich was. Und dann... Der Rest ist Gemüse. Obst zählt ich zu Gemüse, ja. Ich esse... So ein Salat aus, wär's ich voll gern. Ach... Alter... Ja, Fleischsalat. Ich muss ganz ehrlich sagen, so... so ein richtiger Fleischflüge bin ich gar nicht. Matze, du bist raus. Dann nochmal... Nee, ganz ehrlich, das irgendwie... Ja, ich bin auch ganz ehrlich. Ich merke das auch, wenn die kommt drauf an, wo ich mein... wo ich das Fleisch kaufe oder so, wenn ich jetzt... und billig Fleisch kaufe, dann merke ich das auch extrem im Magen. Dann kriege ich Magenschmerzen und so. Mhm. Meine Schwester...